Wettbewerb MW 2, Anwitu 6, 7 von den Norden, S8, MW 2, Tegg. Anwitu 6, Tegg, Tegg. Terminal Fassermattu. Rechts ist frei, Hacker. Tegg ist frei, E5-Sektor frei. Ja, rechts frei. Satelliten haben wir jetzt vier. Ich hätte mir vor, dass das hier vielleicht an der Schilderdi ist. Mal gucken gleich, ne? Wir wissen aber trotzdem, dass alles soweit gut ist. Richtig, alles frei immer noch. Tegg ist aber frei. Ja, genau. Wetternavigationsradanlage? Ja. Wetterradar kommt jetzt auf Wetter. Ich checke dreimal durch. Wärmanlage ist nicht gefordert. Sicherungsschriftlich. Wetternavigationsradanlage lassen wir geschenkt. Verwaltungsgefahr entfällt. Da brauchen wir noch die Reversion. Dann können wir noch mal auf die Kreislaufmärkung gucken. Wetternavigationsradanlage ist gecheckt. Fassermattu, fassermattu. Dann kommt erstmal die Reversion. Tegg, Tegg, Vali, alles ok. Wunderbar. Dann habe ich hier 255. 255, ja. 255, ja. Wunderbar. So. Checklist complete. Hier und da eine Maschine. Ja, die Paktbrände los. Und geht los. B-Dog. Jawoll. B-Dog. 75, you heard. Aufgetrunken. VR, V2. B-Dog. B-Dog. 575, you heard. Fahraufwerk ist drin. Klappen auf 20. Klappen auf 10. Klappen auf 10. Klappen auf 10. Ich bin bei Bildern. Guten Nummer. 712, will gut. Schrauben auf 10. 2. Klappen auf 10. 1. Klappen auf 10. 2. Klappen auf 10. Ja, heftig schon. Wir machen ein bisschen schnibbeln. Um Heide sollte man in die Huse rumgehen. Im Westen. Weil die haben da Parachute-Activity. Vorsehen, oder? Ja.